Es sind tragische Nachrichten, die US-Schauspieler Robert Redford nun verkraften muss. James Redford, sein 58-jähriger Sohn, ist an Krebs gestorben. Seine Frau Kylie Redford gab vergangenen Freitag seinen Tod in den sozialen Netzwerken bekannt. Auf Twitter schreibt sie, Jamie starb heute, unsere Herzen sind gebrochen, er lebte ein schönes und bedeutsames Leben und wurde von vielen geliebt. Neben seiner Frau hinterlässt James zwei Kinder, Lena und Dylan. Von Beruf war der 58-jährige Dokumentarfilmer und Umweltaktivist. 2005 gründete er mit seinem Vater The Redford Center, eine gemeinnützige Organisation, die mit Hilfe von Filmen und Medien den Umweltschutz vorantreiben wolle. Bei einer Spendengala dieser Organisation am 6. Dezember 2018 wurde James das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Insgesamt nahmen der Drehbuchautor und sein Vater damals 275.000 Dollar für die Umwelt ein. Sogar Will Smiths Sohn Jaden war Gast der Gala. Viele trauern in diesen Tagen um James. So auch die Feuerwehr von San Francisco, die sich obendrein für Krebsvorsorge einsetzt. Von Robert Redford gibt es bislang noch kein öffentliches Statement. James stammt aus seiner Ehe mit Lola von Wangenen, mit der Robert von 1958 bis 1985 verheiratet gewesen ist.